Bekomme ich als Altersrentner Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Krise? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Die Anfragen wegen der Corona-Krise bei uns in der Rechtsanwalts- und Rentenberatungskanzlei häufen sich wirklich. Unter anderem geht es auch um die Frage, ob ich als Altersrentner Anspruch auf Kurzarbeitergeld habe, wenn ich neben der Rente noch ein Arbeitseinkommen habe. Und da nehme ich mal exemplarisch hier eine Anfrage raus. Und zwar ich bin 72 Jahre alt, beziehe eine volle Altersrente von 800 Euro netto und gehe noch 80 Stunden im Monat in einem Restaurant arbeiten. Ich bekomme rund 900 Euro zusätzliches Einkommen aus diesem Job. Ich brauche dieses Geld, um über die Runden zu kommen, Miete zu zahlen. Mein Chef hat mich jetzt wegen der Corona-Krise nach Hause geschickt und beantragt für mich Kurzarbeitergeld. Ich habe gehört, dass mir es gar nicht zusteht. Stimmt das? Also es ist in der Tat so, dass ein Altersrentner grundsätzlich keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld hat. Wer Arbeitnehmer ist und die Regelaltersgrenze überschritten hat, und das ist in unserem Fall hier auch mit 72 ganz eindeutig der Fall, hat keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, weil er in der Arbeitslosenversicherung nach § 28 SGB III versicherungsfrei ist. Er bekommt generell dort keine Leistung mehr, obwohl sein Arbeitgeber Beiträge zur Arbeitslosenversicherung noch zahlt. Es kommt also überhaupt gar nicht darauf an in unserem Fall, ob ich eine Altersrente beziehe, sondern es kommt nur darauf an, dass ich diese Regelaltersgrenze überschritten habe. Und was die Regelaltersgrenze ist, ist auch ganz klar. Und zwar ist das der Zeitpunkt, in dem Sie die Altersgrenze für den regulären Renteneintritt erreichen. Und das ist jetzt zur Zeit bei den Menschen, die 1956 oder 1957 geboren sind, ungefähr 65 Jahre und ein paar Kalendermonate obendrauf. Da müsste man in eine Liste reingucken, dann kann man das genau sehen. Wenn Sie aber die Regelaltersgrenze noch nicht überschritten haben und trotzdem eine Altersrente beziehen und jetzt aufgrund der Corona-Krise in die Kurzarbeit geschickt werden, dann haben Sie auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Warum ist das so? Dort ruht der Anspruch auf Kurzarbeitergeld, weil Sie nämlich eine volle Altersrente bekommen. So steht es im Gesetz geschrieben. Und die Bundesagentur für Arbeit verweist auch in ihren Arbeitsanweisungen ganz klar auf diese Rechtslage. Die gilt auch für das Kurzarbeitergeld. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir seit dem 12. oder 13. März diesen Jahres Neuregelungen zum Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Krise haben. Und die wirken ja ab dem 1. März diesen Jahres. Diese Regelungen erfassen leider nicht die Leute, die in der Rente sind und zwingend auf dem Hinzuverdienst angewiesen sind. Kurioserweise, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zahlen aber die Arbeitgeber Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum zahlen die die, wenn Ihr eigener Mitarbeiter gar keine Leistung daraus bekommen kann. Daher unser Tipp. Verbreiten Sie bitte dieses Video. Schicken Sie es bitte an die Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und an Ihre örtlichen Politikerinnen und Politiker. Warum? Weil nämlich diese Leute Einfluss darauf nehmen können, dass vielleicht auch mal hier eine Ausnahme gemacht wird für Rentnerinnen und Rentner, die dringend auf den Hinzuverdienst angewiesen sind. Und natürlich jetzt auf das Kurzarbeitergeld, damit es irgendwie finanziell weitergeht. Ich glaube, die Politik hat diese Gruppe oder sie schlicht und ergreifend übersehen. Das war vielleicht keine Absicht, aber ohne das Kurzarbeitergeld sind viele Leute, Betroffene schlichtweg aufgeschmissen und müssen Not leihen. Kurzfristig können wir Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich wegen den Mietzahlungen, die Sie nicht leisten können oder wo Sie Probleme haben, so schnell wie möglich zur Wohngeldstelle begeben. Oder dort anrufen und einen Termin vereinbaren. Oder Sie gehen zum Vermieter und reden mit dem und bitten um einen Aufschub. Wer sich nicht ganz sicher ist und das Geld braucht und kein Kurzarbeitergeld bekommt so schnell, der sollte vielleicht auch da nochmal zum Sozialamt-Grundsicherungsamt gehen. Es nützt ja nichts, irgendwie muss es ja weitergehen. Wenn Sie Hilfe brauchen bei den Anträgen, die dazu gestellt werden und Sie kommen damit nicht klar, weil Sie sich im Internet nicht auskennen, sprechen Sie doch einfach Leute in Ihrem Haus an oder in Ihrem persönlichen Umfeld, dass Sie dort über Internet entsprechende Anträge stellen können. Es gibt genügend Leute, die dort auch wirklich behilflich sind. Näher aus zum Thema Kurzarbeitergeld und Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen alles Gute und bitte bleiben Sie gesund. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Licitenberater Peter Knöppel